So Leute, der Shop wird sich gleich aktualisieren, falls ihr das ganze feiert, dass ich jeden Tag für euch den Shop hochlade, dann lasst gerne ein Like da und noch ein Abo da, falls ihr neu da seid, würde mich sehr sehr freuen. Noch eine kleine Info, heute ist die letzte Chance um sich das Batman Paket zu holen, das wird heute nämlich um 17 Uhr soll das ganze aus dem Shop verschwinden, ich denke mal nicht jetzt, sondern dann heute um 17 Uhr. Deswegen, falls ihr euch das ganze noch kaufen wollt, unbedingt heute noch machen. Checkt die ganzen anderen Videos ab, die ich gestern für euch hochgeladen habe, oben rechts auf das i klicken und ich hoffe auf einen guten Shop. Let's go. Bitte. Oha. Oha. Oha, oha, oha. Ähm. Was? Der Skin wurde, warte mal, wann wurde der Skin geteasert? Season X? War das nicht Season 10? Was? Äh, ja genau, Batman Sachen sollen dann heute um 17 Uhr verschwinden, also ich glaube nicht, dass die Sachen um 17 Uhr verschwinden, aber das Paket soll um 17 Uhr weg sein. Äh, okay krass, sonst haben wir irgendwas krasses noch am Start, warum auch immer das immer noch drin ist. Und warum immer noch das drin ist? Hä, was? Und warum schon die wieder da? Okay, egal. Gestrandeter Jonacy. Was geht bei dem ab? Der ist ja mal anders heftig. Für 800 V-Bucks? Richtig witzig und heftig. Gönnt euch den mal. Ey, wo ist dein Sixpack? Der muss ein bisschen trainieren, der Bruder. Äh, aber es ist ein lustiger Skin. Was haben wir hier noch? Okay, passende Spitzhack für den Kollegen. Und eine weibliche Variante. Okay. Sehr, sehr, sehr nice. Für 1, 2, naja, aber hey, immerhin haben wir ein paar neue Sachen am Start. Ich finde also, das hier ist das absolute Highlight heute. Okay, ich sehe, Wildcard ist wieder zurück. What? Äh, okay, heute haben wir einen krassen Shop. Das hier ist sehr, sehr nice. Nicht mehr so nice. Wir switchen, ey, wir schauen uns einfach alles ganz, ganz schnell an. So, das ist jetzt auch ganz, das ist eigentlich ganz okay. Den Kollegen finde ich jetzt nicht so nice. Aber dafür die Hacke. Hört euch den Sound an, aber ich glaube, der ist viel zu laut. Wildcard, was machst du hier? Bist du selten? Also bist du von den Tagen her selten? Weil selten bist du eigentlich nicht. Wow. Ne, der ist nicht selten, okay. Also, ich hätte gedacht, dass der selten wäre, okay. Dann war der vor kurzem erst da gewesen. Hat hier, glaube ich, 3 Stile, ne, 4. Ja, wow, da verändert sich nur das Gesicht, die Maske, beziehungsweise, ja, nichts Besonderes mehr. Ein Gleiter ist ganz okay. 600 V-Bucks würde ich nicht machen. Es ist fast immer dasselbe. Okay, was haben wir hier noch? Wolf-Käppchen, sehr, sehr chilliger Skin. Hat es auch, ja, okay, wollte ich gerade sagen, hat auch ohne Kopfbedeckung, also ohne, genau, steht auch jeder. So, dann haben wir hier das von gestern. Da finde ich nur den letzten Stil nice. Zweitstil und hier der dritte Stil mit den Flammen. Dann Elektro-Swing. Und was haben wir hier noch? Sturm-Truppe-Rennen ist ein cooler Skin, war aber vor kurzem da gewesen. Klasse-Mode ist auch nice. Und zu guter Letzt Pokal hoch, was auch immer das hier macht. Vielleicht ein Zeichen, dass die Fußball-Skins kommen. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video. Bis zum nächsten Mal. một 's Bis zum nächsten Mal.